ich weiß nicht leute ich finde irgendwie bei der bei der karte aktuell ich hab zwei orte wo ich gerne lande lazy lake und plassenpark spiel heute frankensteins ich dachte wir spielen heute die käfer bro also ich sag dir ehrlich leute die käfer sind gar nicht mein ding guckt ich habe jetzt fünf stunden mit ihr jongliert damit sie mir ein splaschen gibt es gibt pures gold und essen sagt nix da muss ich mir auch schon wieder schämen ziemlich doch nicht frankenstein alles raus lassen wir heute die sichel-challenge machen können wir machen wo du mich letztes mal richtig gehalt dass wir jetzt trotzdem machen oder was du willst ja ich habe ja ich habe ja quasi je nachgemacht wie du mir nach was ich glaube ich kann dann durch irgendjemand sucht nicht hier das geile ist leute ich sag euch echt wenn man diese absturz stellen einfach abfahren wo ich habe 600 steine 600 hohes gold hast du da sogar doppelt stein das ist ja instant voll was ist da los leute wir landen im plänen und ist kein gegner aus sind sie gar keine gegner 51 leute also irgendwie sind die alarm schimmeln ich sag euch echt ehrlich hier dieser hängegleiter von der frau der ist ja absolut killer ich hab ja auf tik tok gesehen bro du hast den hängegleiter von dieser frau noch nicht gesehen habe ich noch nicht glaubt nicht glaubt mir wenn du das siehst du wirst um ehrlich so geil oder er sucht mit abstand geisteskrank ich dachte nicht mal dass sowas funktioniert man sagt ehrlich er leute kann man nicht gestanden es ist schon traurig dass ich eine graue er einer blauen farmers bevorzuge oder wir gehen jetzt wieder zur nächsten stadt hier ist ja auch nichts sogar in der mitte wurde nicht gelootet kriegt man eigentlich falsch an nehmen sind dagegen aber nicht suche gegner aber ich finde auch da links wo da sind welche links zu uns ja die wude brennt die wude brennt dein kollege kommt jetzt reizt mir digga ich fliege hier raus kann man sich mal nicht mal in ruhe kurz einmal hier hoch rein oder was kannst du mich mal in ruhe lassen die nerven über links sind auch nicht jetzt auf einmal kommen alle das ist immer so leute jetzt auch einmal vor allem ich fliege weg die rushen mich ich fliege noch mal weg die rushen mich wieder der eine ist dann links niedergestreckt den kannst du eigentlich finischen jetzt geradeaus also jetzt geradeaus rechts 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 und jetzt geradeaus da rechts ist er ja wir haben auch kein besen mehr gefunden warum ist hier kein besen mehr aber waren natürlich wieder klar gewesen als es zuerst da ungeblich das war mal einfach klar gewesen oder leute was sagt ihr bringt es mir halt immer pech ich bin ein wikinger mit meinem bart aber das ist typisch so eine runde erst kommt gar keiner und dann kommen sie alle das ist so typisch für fortnite Leute gönn dir das digga das schmeckt aber lecker ja ich hätt' geil gefunden hätt's mal wieder so ein geiles event oder so zu dings zu geben zu halloween ne ja komm die besen haben gleich den beiden global countdown ne cool down ja ne schade ja ja das finde ich schade halt überleg mal man könnte so zwei besen mitnehmen und dann nochmal zack 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 oder möchte ich ganz inventar voll mit besen machen und die ganze zeit abhauen ja pass auf links auch jemand verstecke ich im busch du hast kein heal ne vergiss nicht du hast musst schnell gehen ach stark pass auf da rechts ist jemand noch da rechts ist jemand noch du musst eh direkt raus bro du kriegst fette hits gerade ich geh mir den loot und dann komm ich auch gib mir kurz bisschen zeit oh der ist abgehauen hier nice 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 ich bin safe auf jeden Fall ok sehr gut ich brauch ein bisschen ja ja komm her komm her ich leg dir den besen hier hin ich hab schon ein besen alles und hier liegt alles ja bro ich bring dir gleich splashies mit oh leute ich kann nicht anders als drauf zu schießen oh ich hab im medkit alles gut alles gut oh mein gott ich muss da bauen leute da kam einer ne hast du gesehen lass einen am busch in meiner busch ja ja ich weiß ich weiß ich weiß warte ich komme zu dir ja die hat einen meds komm man bro brauchst du meds brauchst du irgendwas wir können hier rein fliegen ne gutes comeback gutes comeback leute von heute gutes comeback wer hat dann mal wieder der zurückholen von stanni sehr gut ich hab die skada liegen gelassen man ich dachte ich hätte die skada gelootet stark fliege pass auf das sind drei leute ne bei dir lass abhauen lass abhauen lass abhauen ok zone 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 komm die high ground was ist denn hier wieder los junge mit geht hier unten ich bin mir kurz mit geht die fliege auch immer rum wie die frösche ne ey das ist jetzt nur die kampfschroth findest du jetzt wieder drinnen ne ich hab doch nicht einmal die kampfschroth finde gefunden checkst du das bro ich hab doch wir haben gestern auch gespielt ich hab's nicht einmal gefunden ja leider den weg den tüten scheiße alle haben besen oh der ist aber gut kassiert das dauerne ist dauerne konzonen hier kommen links linksseite ich muss kurz schicken oh und ob das macht der typ der ist ja absolut dumm oder so jetzt wird gefeiert wie sonst was ja das ist halt das was die leute nicht checken oder was die leute oh my god let's go jubel und school gone ey bros ist das auch was die leute auch nicht verstehen guck mal ich hab direkt gesagt die leute alle sagen alle sagen ja kommen kampfschrothflinte ist voll geil wir holen jetzt alle die kampfschrothflinte und ich hab direkt gesagt wenn die kampfschrothflinte reinkommt die wird so schlecht sein dass sie niemand spielen wird hätten sie lieber die boogie bomb nehmen sollen weil die boogie bomb eigentlich eine geile waffe so ist das ist ja ich meine ja da ist noch einer jetzt mal dahin wo wir dahin fliegen hier eine sekunde kurz oh großer schildtrank geht noch nicht ja so hätten wir die boogie bomb gehabt das ist ja ich meine sollen wir dahin fliegen wir sind dabei ok wir sind jetzt genau in der mitte von beiden ich schieße zurück nur auf dich ja die ganze zeit wie immer bro immer hinter uns der typ bewegt sich sollen wir aktiv rein ja warte noch warte noch warte ich werde gleich impulsgranate machen und dann besen dann fährt und dann komme ich 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 dann das lesen ok jetzt hoch ich fliege nach oben wo die haben beide abmeisten bei der weg das sie bekommt über mir ist jemand ja habe ein sehr gut ja warum fliege ich ja wir können abbauen ich habe übelst viele menschen wir bauen die sky ich kann bauen ich kann bauen ich kann bauen er macht rocket launcher er denkt auch wie sie dumm ne er denkt auch wie sie dumm guck mal er freut sich jetzt wahrscheinlich uha was uha der laser oh mein gott krank 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 jetzt habe ich wieder die arschkarte digga warte einmal die bobs wo ist er wo ist er wo ist er oh mein gott ich habe es hochgedauern retag oh mein gott digga ich habe es hochgedauern digga der würde mich auch noch wops nehmen das ist so ein scheiss aura skin digga warum bist du draufgegangen guck mal dass ich es jetzt mache jetzt 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 komm ja du kleine schmutzberger let's go jungen Nice, Alter.